Heilig Herrlöchen, mein Name ist Toxig, dies ist Let's Play Pro Rapp 2. Letzter Part, eindeutig die absolute Härte, würde sogar fast sagen der erste Höhepunkt des Spiels. Ich meine, es sind so viele geile Sachen passiert. Und ich muss wirklich sagen, der war einfach krass. Es ist einfach echt krass gewesen. 51 Tage vor. Was denkst du, Frau Galloway? Soon wird das unsere neue Offizie sein, ja? Ich mag die Location. Was macht Sinn, weil ich es derjenige, der es wählt. Ehrlich gesagt, Dr. Koenig, hast du niemals eure E-Mail gesehen? Mhm. Ich will nämlich noch ein paar Bonus-Missionen machen. Weil, langsamer sicher, nähern wir uns wirklich dem Finale. Und ich habe keine Lust... Und ich habe keine Lust, dass da irgendwas Dummes passiert. Guck mal, jetzt sind die Viecher sogar schon hier an Land. So, da muss ich rein. Ja, lass mich mal kurz durch. Halt, ich will nämlich nur eine Bonus-Mission machen. So, mal gucken wir mal. Dennis Wayne. Dennis Wayne. Head of the Orion Revival Project. Don't like the sound of that. Okay, wir müssen hier lang. Ja, ist wahrscheinlich klar, dass wir sowieso erstmal wieder ein paar suchen müssen. Aber, ich sag mal so, ich nehme das in Kauf. Okay, jetzt kommt's von hier. Ach, guck mal, ist sogar ganz nah. So, von hier hat man noch den besten Überblick. Hä, was? Wait, einen Moment. Hä, was? Bin ich, glaub, behindert? Ah, guck mal, da haben wir ihn. Das war ja so klar. Okay, ähm. Danke, Taxifahrer. Das hast du davon. So. 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 So, dann haben wir jetzt, äh, Dennis Wayne. Konsumiert. Konsumiert. Blackwatch denkt, er kann uns circumventen, indem wir Informationen via Helikopter-Kurierer senden. Sie können nicht mehr verstanden sein, Sir. Ich habe Menschen, die auf kritischen Röftops all over the city. Diese Choppers kommen runter. Gut. Ich will das Daten retrieved. Okay. So, 16D. Können wir jetzt machen. Das ist sogar in Defensive. Also von daher wird das, glaub ich, gar nicht so schlecht. Ballista 4, deliverin Dennis Wayne's research for the Orion Revival Project. Requesting landing permission. Over. Copy that. You're clear to land at base Juliet 5. Over. Last thing I need is more Super Soldiers. I ought to pay Ballista 4 a visit. Oh, shit, shit. Dann gehen wir mal hier rüber. Aufs Dach. Und, äh, ja. Ich sag mal, machen die Helikopter kaputt. Was wir wahrscheinlich machen müssen. Obwohl, ich glaube, das wird gar nicht so schwer, weil wir jetzt ja die, äh, Viecher, die Brawler beschweren können. Oh, ja. Da hab ich Bock drauf. Oh, das wird wieder schön. Wieder mal eine etwas andere Bonusmission. Die Schopper, die all den Dennis Wayne's Orion Research ist gegangen. Wir brauchen eine sofortige Retriebe. Das ist unsere letzte Chance, um das Orion-Projekt zu retten. Das ist Ballista 4-3. Wir haben ein Hostile, die die Orion-Package entgegen. Sie entgegen die Target. Over. Wo ist das? Wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Roger that. We've got it covered. Don't be too sure about that. Wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Ach da. Fuck, get off my back. Oh, won't that be a shame. Okay, die Tatsache, dass die über Raketenwerfer sind, ist echt beschissen. Wenn ich's mal so sagen darf. Oh, mein Gott, nein. Hatte ihr dieses Geräusch gehört? Das ist das Geräusch, wenn die Box sich gerade öffnet. Das war die letzte Box, ja. Shit. Viper 4-4, das ist Viper. Ein Blackwatch Chopper carrying all of Dennis Wayne's Orion Research has gone down. Wir brauchen immediate Retrieval. Das ist unsere letzte Chance at reviving the Orion Project. Das ist Ballista 4-3. Wir haben ein Hostile retrieving the Orion Packages. Engaging Target. Over. All units, das ist Viper. Converge auf Hostile und engage. Ich will sie dead. Roger that. Wir haben es covered. Don't be too sure about that. Das ist das nicht so sicher. Okay. Nein! Okay, das war's. Das, das war's. Was? Wo ist denn noch eins? Als wenn da oben noch eins lag. Wenn ihr den Arschlusser fängt, dann schiebt ihr ein Jahr auf dem Scrub duty! Der Red Crown ist der 1, 2. Der Red Crown ist der 1, 2. Der Red Crown ist der 1, 1. Der Red Crown ist der 1, 1. Der Red Crown ist der 1, 1. Die Red Crown ist der 1, 1. Das war's. Du bist hier! Lass uns einen Moment für Projekt Orion haben. Die Bonus-Mission. Weil ich glaube, das war jetzt nicht 15 Minuten lang. Ich habe nämlich wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich mache jetzt einfach noch eine. Und wenn es dann länger geht, dann ist mir das scheißegal. Ist einfach so, YOLO. So. Ich hoffe, wir haben mehr available als... Da waren ja gerade... Es sah das ja nur so aus, als ob man nur 2 machen könnte. Ich hoffe, das ist nicht so. So. Weiß ich nämlich nicht, was ich noch machen muss. Oder ich muss natürlich zu dem anderen, äh... Bonus-Mission-Hauswagen-Typen. Okay, der nächste. Der nächste. Ein anderer verdammter Wissenschaftler. Diese Welt ist besser aus, ohne. Schau mal raus! Ja, der muss ja jetzt irgendwo beim Pier sein, oder? Oder ist das was? Ach komm Wenn ich jetzt raus irgendwo steht, ist das sowieso wieder so ein Typ Oder ist der im Gebäude? Oder hier hinter, das kann natürlich auch sein, ach guck mal da haben wir ihn doch Dr. Søren Donnell Kennst du irgendwas andersrum über 15 Gamma 2? Ja, ja, sie haben alle Doktoratoren und Xenomorphologie Ja, ja, das ist das, aber hast du eigentlich mit ihnen gesprochen? Sie sind ein bisschen schrecklich Donald, das ist Gentech, ich meine, komm mal Warte bevor du stehst, ich muss jetzt erstmal lesen, ja? Ganz ruhig bleiben hier Ebenfalls in Defensive Und wenn ich das schaffe Viper, this is Dr. Kishino Be advised that I got two field teams, Gamma 1 and Gamma 2 at infection sites now, conducting scans Here, I'll send you the coordinates Over Roger that Dr. Kishino Your teams will have full Blackwatch protection from the duration of their investigations, over We might need more protection than that Ja, hallo Bitte Okay, gut, der hat sich nie mehr, der hat sich nie mehr gemeldet Bei den Oh, Entschuldigung Sind hier welche von den Viechern? Sonst hole ich nämlich einen nach dem anderen von hinten Ist doch scheißegal Wie? What did he list it? Ach komm schon Er wird natürlich von allen gesehen Ach, von allen gesehen Entschuldigung Steuerung ist nicht so geil, dankeschön Das wollte ich nicht Egal Wir haben eine Firma Fokus auf Feuer Lass uns das alles rausnehmen Goal primary protect field team Gamma 1 Nein, komm doch her Dr. Kishino, das ist Viper Wir lost Kontakt mit Gamma 1 Stay on High Alert Over Roger that 6 We'll keep on High Alert Fuckin' Tattletail Keine Keine Ich muss auch natürlich direkt neben dem die Position wechseln Ich muss auch natürlich direkt neben dem die Position wechseln Oh, oh, oh Einer von denen war Würdest du mir glauben, ich würde Ja, ist ja gut. So, jetzt kommen wir doch mal rein. Genau. Ich bin nicht dein Kind. Ich bin nicht dein Kind. Ich bin nicht so nah. Ich find's cool, dass der eine da einfach nur rumbackt und einfach gar nichts tut. So, erster, weg. Oh, das ist Strecke und nicht eine Strecke der Intelligenz. So, damit haben wir die jetzt auch ausgeschaltet. Pack Leader Upgrade. Geil. So, das sollten jetzt über 15 Minuten gewesen sein. Vor allem, weil ich jetzt noch die Upgrades mache. Defensive. Mutation awarded. So. Gucken wir mal. Bulletproof, hardboiled. Okay, gucken wir erstmal Bulletproof, defekt. Blacker bullets from small firearms. Okay, ich mach erstmal hardboiled, weil das ist einfach jeder Schaden. So, und dann fliegen wir wieder zu dem Bonus-Missionen aus, damit wir dann am nächsten Part weitermachen können. Und flieeeig. Warum ich das jetzt auch noch in den Part rein tue? Es ist und bleibt ein Rätsel. Ich war hier die ganze Zeit schon und mit den Worten sage ich bis zum nächsten Part von Let's Play Pro Lab 2 mit allem Toxic und tschüss.